Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gehört zu den größten Universitätskliniken in Deutschland. 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen an unseren Standorten in Kiel und Lübeck täglich für einen reibungslosen Betrieb und die bestmögliche medizinische Versorgung der Patienten. Und das nicht zuletzt in unseren 2019 entstandenen neuen Klinikgebäuden, die zu den modernsten Behandlungszentren Europas zählen. Denn betriebliche Stabilität sowie durchgehende Versorgungs- und Patientensicherheit haben bei uns höchste Priorität. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen an die Energieversorgung. Für den Neubau in Lübeck haben wir uns deshalb für die digitalen Lösungen vom Tech-Konzert Schneider Electric entschieden. Ob Trafo, Schaltanlagen oder Lichtschalter, die Komponenten des Energiespezialisten garantieren im schnell getakteten Klinikeinsatz Tag eine sichere und zuverlässige Energieverteilung. Im gesamten Gebäude setzen wir zudem auf antibakterielle Oberflächen, die das Infektionsrisiko durch Krankheitserreger bei der Bedienung von Schaltern und Steckdosen minimieren. Sämtliche Bauteile sind dabei in der ganzheitlichen IoT-Architektur EcoStructure eingebettet. Das gewährleistet nicht nur eine transparente Durchgängigkeit von Daten, sondern macht die gesamte Lösung effizient, sicher und langfristig skalierbar. Mit der Schneider Electric Lösung können wir uns voll und ganz auf den Klinikalltag konzentrieren. Dank digitalisierter Energieverteilung müssen wir uns um die Betriebs- und Versorgungssicherheit keine Gedanken machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017